Mir doch egal, Folge 14. Die Generation YZ snackt vor allem salzig. Was bedeutet nun XYZ? Also das ist die Generation der nach 1980 Geborenen, die großen Wert auf natürliche Produkte, einen hohen Convenience-Grad legt und es soll wahrscheinlich noch gesund sein und ein gutes Gefühl vermitteln. Das zeigt sich auch an neuen Produkten. Hier haben wir von der Firma Kühne Knuspererbsen, die natürlich ohne Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Aromen rauskommen und natürlich herzhaft sind. Aber auch andere sind dabei, zum Beispiel Corny macht süß und salzig. Hier eine neue Variante, Corny von Schwartau, ganz interessant. Aber auch andere Riegelanbieter sind mit salzstärkten Produkten unterwegs. Hier zum Beispiel Nature Rally, ein Bio-Produkt, aber auch gesalzen. Oder Schokolade. Hier haben wir ein Start-up. Die Maischoko-Idee ist eine tolle Sache. Aber auch hier Meersalz enthalten, gibt einen anderen Geschmack. Zucker will also keiner mehr. Das sieht man auch bei vielen Produkten. Das ist fast schon ein Schimpfwort. Zucker, nehmen wir das hier. Alpen. No Added Sugar heißt natürlich kein Zucker enthalten. Ich finde den Markennamen Alpen so toll, weil Hersteller ist Veta-Bix. Die sitzen, man höre und staune, in Catering, in Catering südlich von Nottingham und das ist ziemlich weit weg von den Alpen, aber wird halt von Genoport importiert. Also insofern sicherlich spannend. Oder Tee, Fee, Eistee, natürlich zuckerfrei. Und Spaß dabei. Den probieren wir gerade mal. Ohne künstliche Zusatzstoffe. Also wunderbar. Aber auch Klassiker beschäftigen sich mit dem zuckerfreien Variante. Und auch ein Punica kommt jetzt ohne Zuckerzusatz daher. Bestimmt ein tolles Produkt. Probieren wir jetzt gerade nicht. Zucker steht also auf der Abschlussliste quasi. Wird so kontrovers diskutiert. Dabei ist natürlich klar, in großen Mengen ist Zucker nicht das Produkt, was der Gesundheit allzu sehr förderlich ist. Aber Salz als Heilsbringer kann es auch nicht sein. Weil Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzversagen, alles wird auch mit Salz in Verbindung gebracht. Es gibt unterschiedliche Empfehlungen für den Salzkonsum, aber auch natürlich für den Zuckerkonsum. Also die Dosis macht es. Und das ist mir dann auch nicht egal. Das sollte man den Kunden auch genau so sagen. Das ist mir nicht egal. Vielen Dank. Bis nächste Woche.